Neue Runde! Neues Glück, sag ich so schön. Mal gucken, ob die Runde jetzt noch besser läuft halt. Erstmal hier. Hier. Ah, ich bin doch so doof, Alter. Ich so dämlich. Der dämlichste Kanadenwurf ever. Ja, jetzt ja. Wir sind vorbeigezogen. Mal hier. Woah! Alter, was ist denn da los? Alter, der richtig... Der haut ja richtig rein. Boah, heftig. Woah! Was sind denn jetzt für Gegner? Alter, leckere Gummio, die haben ja richtig drauf. Woah! Ja, genau. Genau, mach mal den hier. Alter! Na, wo sind die? Freunde! Ach, guck mal. Wir verlieren Charlie. Möcht' ihn wieder lernen. Möcht' ihn wieder lernen. Möcht' ihn noch? Na, so nicht, Freundchen. Ach, komm. Lass mir meinen Spaß. Jetzt wird hier mal erobert, so muss das aus. Na, schießt ja daneben. Äh, daneben. Oh. Was ist denn da los? Hab ich so geschlafen. Oh nein, hab ich doch volles gepennt. Alter, ich hab wieder woanders hingeguckt. Ey, ey, ey. Boah, was? Heftig, heftig. Die sind richtig gut hier. Boah. Alter, was ist denn hier los, Alter? Wir gehen ja richtig ab. Meine Fresse. Meine Herren. Das ist ja nicht normal, Alter. Alter. Das ist ja unglaublich. Der wird draufgeballert wie per Hämmer, Alter. Das ist doch nicht normal. Alter, die stehen an jeder Ecke. Das ist doch unglaublich. Junge, Junge, Junge. Ich hab 400 Punkte. 1.800. Ja, komm. Das ist keine Chance, klar. Ja, find ich auch. Alter, super Waffe. Alter, mit. Was ist denn der für eine Waffe, Alter? Ach, komm. Alter, wie hat er das jetzt gemacht? Ja, der hat ja gar nicht gezielt. Alter, leck mich doch am Topo. Oh, schnell weg. Wo fielst denn du hin, Junge? Du hast keine Ahnung, Alter. Na? Na, wann kommen sie raus? Na, Freunde? Freunde? Ach, gut. Alter, nein! Ups. Boah, da war er. Hast du gesehen? Da war er raus. Hör, wir gehen mal rücken vor. Hey, hey. Ringe, Ringe, Reihe. Ach, scheiße. Wieso hab ich ein ganzes Magazin verschossen? Hä? Hab ich vergessen nachzuladen. Oh. Na, guck mal. Wir müssen mal schnell. Ja, das ist selbstverständlich. Komm, 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 komm. Oh, nein. Oh, nein. Boah, heftig. Der war richtig gut. Wie ist denn da nur hier? All dem Käpt'n's denn nur? Ich will mal. Ich will mal ein bisschen Stress machen. Aber halbzeit, was? Der schießt auf mich. Ist ja richtig bitter gewesen. Not so, ob bei euch. Um, ja.